Wer zum Zeitvertreib mit Waffen spielt, der sollte sich auch in Disziplin üben. Den Schützen ist es mit der Disziplin beim Tragen von Säbel und Salutgewehr ernst. Deshalb veranstalten sie Marschwettbewerbe, zum Beispiel am Wochenende in Brixen. Einst lernten die Schützen marschieren, um auch im Schlachtengetümmel dem natürlichen Trieb zur Flucht nicht nachzugeben. Dann wurden sie entwaffnet und durch effizientere Mordmaschinen ersetzt. Und schließlich, nach Jahrzehnten intensiver Verhandlungen, durften sie ihren Säbel und das Salutgewehr wieder anlegen. Nicht um Krieg zu führen, sondern zur Wahrung der Kultur. Im Jahr 2000 durften sie nach über 80 Jahren zum ersten Mal wieder schießen. Doch damit sie mit diesem alten und neuen Privileg auch achtsam umgehen, führte man Marschwettbewerbe ein. Acht Kompanien des Bezirks Brixen unterwarfen sich beim gestrigen Marschwettbewerb einem strengen Reglement. Seit der Schützenpunt, Gewehre und Säbeltrock, muss man auch auf die Disziplin aufpassen und auf die Sicherheit. Und bewertet wird in erster Linie die Aufstellung, die Trachten, der Abmarsch, nachher die ganzen Kommandos, die Meldungen, die Salbe und danach natürlich nach der Salbe auch die Sicherheit, wird durchgegangen, bei den Gewehren nochmal durchgeschaut, ob im Gewehren auch kein Schuss mehr drin ist, ob der Lauf ja frei ist und das ist eben heute das Um und Auf. Und durch das Auftreten, was wir eben durch die Gewehre und durch die Säbel erzielt haben, wird da ein Erscheinungsbild für die Schützen ganz anders. Am besten marschierte gestern die Schützenkompanie Rodeneck. Sie darf beim Bezirksschützenfest im August den großen österreichischen Zapfenstreich aufführen.